Musik Der Resonanzboden wurde in alle Einzelteile zerlegt und jetzt werden sie wieder aneinandergeleimt. Nach dem künstlichen Trocknen wurde der Steg wieder festgeleimt und danach werden die Rippen wieder aufgeleimt. Eine sorgfältige Arbeit, die das Team zu dritt ausführt. Hier sehen wir die Oberseite des Resonanzbodens, wo der Steg wieder befestigt ist. Der Resonanzboden wird mit dem Steg in eine Schablone gelegt. Musik Alle Rippen werden sorgfältig an ihren Platz gelegt. Dann wird Klebeband an den Rippen entlang geklebt. Dies soll verhindern, dass beim Leimen zu viel Leim auf den Resonanzboden kommt. Musik Der Rippen Die Rippen Musik Die Rippen Das ist gut. Heutzutage benutzen wir Knochenleim nur für kleine Teile und Oberflächen. Und weil Knochenleim warm sein muss, gerinnt es eigentlich ganz schnell. Und wenn man dann größere Teile oder Oberflächen leimen muss, dann ist es schon gewonnen, bevor wir das wirklich gut klemmen konnten. Was wir jetzt heutzutage benutzen, ist ein kalter Fischleim. Und das Wichtigste ist eigentlich, die Leim soll sehr hart werden. A. Und B. Man muss es wieder lösen können, wenn nötig, in 50 Jahren. Oder irgendwann in Zukunft. Mit Latten werden die Rippen fest auf den Resonanzboden geklemmt, bis der Leim trocken ist. Für solche komplizierten Leimarbeiten wird eine Leimdecke verwendet. Mit normalen Leimzwingen kann man nur etwas, was ein kleines Ende vom Rand entfernt ist, festklemmen. Aber mit Hilfe dieser Latten kann man alle Teile überall festklemmen. Die Latten werden zwischen die Leimdecke und in unserem Fall eine Rippe geklemmt. Diese Latte, die sogenannte Cut-off-Bar, wird über die Rippe zurückgeleimt. Durch die unterschiedliche Dicke der Latten kann man bestimmen, wie stark geklemmt oder gedrückt wird. Oh, wacht even. Der überflüssige Leim wird entfernt und jetzt kann das Ganze trocknen. Ausgabe. Ausgabe. Ausgabe.